Ja, du wirst kaputt gemacht und merkst es nicht. Darum geht es in der heutigen Sendung. Ja. Ja, du wirst kaputt gemacht und merkst es nicht. Ja, alles ist Manipulation. Wir leben in einer Menschheitsepoche der Zentralirrtümer, der Irrtümer und alles ist Manipulation. Alle Wissenschaftler sind so durchmanipuliert, dass es ihnen schwerfällt, dir ganz klar zu sagen, was die Wahrheit über dein Leben ist. Die Wahrheit nämlich, dass wir eigentlich von der Natur her konstruiert sind für ein Leben in 150er-Gruppenfamilien, wo du vielleicht 20, 30, 40 Mal so viel Sex und Liebesleben und Liebesgefühle und Liebesglück haben durftest und darfst. Heute musste dir dieses Liebesglück wegmanipuliert werden in den letzten 400.000 Jahren, damit du genügend Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten und so weiter kaufst und auch frustriert genug bist, um bereitwillig in den Krieg zu gehen, um die Waffen der Waffenhändler zu konsumieren, um den Waffenhändlern große Profite zu bringen. Du bist da, um den Pharmakonzernen, den Medizinkonzernen Profite zu bringen, den Waffenkonzernen. Sondern du bist ein Schlachtvieh, du bist ein Schlachtschaf, das einfach aufwächst, geschoren wird, ein Opferlamm, ein Schlachtschaf, das geschoren wird und abgeschlachtet wird. Und alle verdienen aus dir Geld heraus und niemand ist sich einer Schuld bewusst, weil dieses System ohne Bewusstheit funktioniert. Ja, denn sie wissen nicht, was sie tun. Denn wir alle, auch ich, ich war auch Teil des Bösen, wir alle glauben, Gutes zu tun. Ich war Teil des Gesundheitswesens und habe in meiner Praxis auch gedacht, ich würde durch die Anwendung der im Studium vermittelten Theorien, die ich mittlerweile erkannt habe, dass es sich überwiegend um Zentralirrtümer handelte, also um nichtbewusste, manipulativ wirkende Zentralirrtümer, die mir Geld bringen, aber den Patienten kein Glück bringen, sozusagen. Und ja, so funktioniert diese Welt, dass wir alle gute Absichten haben. Wir lernen aber in unseren Ausbildungen und im Studium, in der Schule und so weiter, einfach nur all die Zentralirrtümer, mit denen wir Geld machen können auf Kosten der Mitmenschen. Denn das ist das Prinzip dieser Welt aus Kapitalismus, Sozialismus, Kommunismus, Nationalsozialismus. Diese Welt besteht daraus, dass wir nur dann die größten Gewinne und Vorteile für uns selbst erzielen können, wenn wir nicht bewusst, also ohne, dass es uns bewusst ist, unwahre Zentralirrtümer für die Wahrheit halten, sie anwenden, dadurch die Mitmenschen schädigen und ausschlachten und aus ihnen Geld herausholen. Deswegen, also du wirst kaputt gemacht und merkst es nicht, du darfst dein natürliches Leben nicht leben, die Gruppenfamilie, die ist als Pfui erklärt worden, sozusagen. Aber es ist nicht als Pfui erklärt worden, den ganzen Tag Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten, Pizza und allen möglichen Fastfood-Kram zu fressen, Medikamente zu nehmen, den ganzen Tag medikamentöse Drogen zu nehmen. Und es ist auch mittlerweile recht schick geworden, bestimmte Drogen zu nehmen und so weiter. Also insofern, konsumieren darfst du alles und in den Krieg ziehen darfst du dich vollpumpen lassen, du kannst dich mit Mozart-Kugeln vollpumpen lassen und durch Bleikugeln vollpumpen lassen und so weiter. Und immer bringst du Profit und wirst dahin geschlachtet in den Schlachthäusern, ach nee, wie heißen die Krankenhäuser, Krankenschlachthäusern und so weiter. Und alle haben die besten Absichten, alle glauben nur, die Irrtümer, die sie gelernt haben, mit denen man Geld macht und halten sich alle für menschenfreundliches Tuende. Wir alle, ich selbst habe das auch 20, 30, ja 20 Jahre ungefähr geglaubt, dass das, was ich in meiner Ausbildung gelernt habe, gut für euch Menschen sei. Es war aber nie gut, es war immer nur Geld, gut für den eigenen Geldbeutel, aber immer schädlich für euch andere. Und so machen wir das alle. Und im Gemeinwohlland ist das genau das Gegenteil, das ist das Paradies auf Erden, im Paradies der Klugen. Leider verstehen das nur die Allerklücksten, also du wirst kaputt gemacht und merkst es nicht eigentlich, vielleicht können wir noch sagen, Ansprache an die Klügsten der Welt, weil nur die Klügsten überhaupt eine Chance haben, die superklugen, ich suche ja nach den 20, 30 superklugen Kölnern und so weiter. Ja, und unser Lehrbuch und so weiter. Ja gut, also ich lese mal ein bisschen vor, was es seit den letzten zwei Wochen so an neuen Ideen und im Gesprächen sich an neuen Ideen ergeben hat, intern und so weiter. Also, wir altern nicht hin auf das natürliche Sterbealter von ca. 127 Jahren, was uns die Alternsforscher nahelegen, sondern wir sind meist schon viel früher kaputt gemacht durch die nichtbewussten manipulativen Zentralirrtümer von Kapitalismus, Nationalsozialismus, Sozialismus, Kommunismus und so weiter. Und die Bücher, die ich jetzt an weit über 50 kluge Kölner verkauft habe, wo ich hoffe, dass wir doch in anderen Gebieten Kölns dann auch noch ein paar hundert kluge Kölner finden und dann hoffen wir, dass daraus dann eben vielleicht 30 superkluge Kölner übrig bleiben, die dann auch wirklich anders leben wollen, die Kommune leben wollen, Gemeinschaft leben wollen, eben Gruppenfamilie eventuell sogar leben wollen. Ja, von 30 Professoren, die die Manipulationswissenschaften begründet haben. Die Entstehung der Arten war der Titel von Charles Darwin, die Entstehung der Manipuliertheit wäre ein guter Obertitel über unser Buch. Diese Manipulationswissenschaften besagen, dass der normale Mensch höchstens 20% der Manipulationen durchschaut und lebenslang Opfer von 80% der Manipulationen bleibt. Das Lehrbuch 1 der Manipulationswissenschaften braucht jeder, viele brauchen auch noch Buch 2. Ja, und jetzt kann man zeigen am Beispiel von Krimis, die ich so das Einzige, was ich so zur Ablenkung und Freizeit so konsumiere. Krimis, eine Ärztin ohne Prüfungen kann einen Tumor operieren und die Erblindung des Kleinkindes verhindern. Was hätte die Mutter im Gemeinwohlland stattdessen gedacht? Ja, sie hätte im Gegensatz zu dem kapitalistischen Manipulationsopfer, das sich verrückt macht über das Kind und so weiter, hätte sie gedacht, naja, statt riskanter, teurer Operation, was ja schließlich auch meine geliebten Mitmenschen finanziell schädigt, lasse ich das Kind palliativ, medizinisch, glückselig entschlafen. Denn schließlich kann ich noch viele neue Kinder bekommen, die vielleicht diesen Gendefekt eines Hirntumors nicht haben. Wenn auch die anderen Kinder Tumore bekommen, muss ich mich als Mutter hinterfragen, ob ich giftige Nahrung oder andere tumorerzeugende Gifte an meine Kinder und an mich selber herankommen lasse. Wenn es ein Gendefekt in mir ist, dann lasse ich mich sterilisieren, um weiteres Leid neuer Kinder und für meine geliebte Gesellschaft zu verhindern. Das ist ein natürlicher Standpunkt. Und der kapitalistische Standpunkt, da wird uns von den Sparten, die zum Beispiel an dieser Operation verdienen und an den Operationen verdienen, werden wir durchmanipuliert, mit Zentralirrtümern gefüttert, die das Personal dieser Geldmachhäuser sozusagen im Studium erlernen. Nämlich das, ach, wir müssen doch um jeden Preis dieses Kind retten vor der Erblindung und da mit der Operation hingehen und so weiter. Und ja, und diese Ärztin empfindet sich, die keine Prüfung gemacht hat, aber ein Händchen hat fürs Operieren, die empfindet sich als Superoperatörin und Superhelferin der Menschen. Dabei wäre es doch vielleicht einfach besser, anstatt jetzt dieses Kind zu quälen, ist einfach entschlafen zu lassen, glückselig, mit ganz geringen Kosten und ganz geringen Aufwand und einfach aufzuhören, dieses Geldgeschäft zu machen, an jedem Defekt Milliarden Gelder zu verdienen. Aber eben die Menschen im Kapitalismus sind manipuliert, anstatt sich darauf zu konzentrieren, möglichst schnell neue Kinder zu bekommen, die das alte Kind ersetzen können und besser ersetzen können, wird ein Riesentheater gemacht, damit am Ende einfach nur eins geschieht, ein Geldfluss von den Eltern und der Gesellschaft in Richtung der Gesundheitssparten, auf das diese richtige Profite machen. Und deswegen verbreiten die seit Jahrtausenden sozusagen Zentralirrtümer über alle Medien in alle Köpfe hinein. Nein, wenn irgendwo ein Defekt auftaucht, dann muss der mit Milliarden Geldern auf Kosten der Eltern, auf Kosten der Familie, auf Kosten der Gesellschaft sozusagen repariert werden, auf das die Gesundheitssparten, die reichsten Sparten der Menschheit werden und so weiter. Und so ist jede Sparte, das sind ja nicht nur die Gesundheitssparten, sondern jede Sparte nagt an ihnen und manipuliert sie durch und ihr Leben wird kaputt gemacht. Sie werden beschädigt an Wohlfühlen, du wirst beschädigt an Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand, auf das irgendwelche Sparten jeweils davon profitieren. Dann zum Zentralirrtum Mindestlohn nochmal zurück. Seht doch, also auch durch den Mindestlohn wirst du ja dein Leben zerstört, weil dadurch Massen an Arbeitslosen produziert werden. Also entweder wirst du dadurch verurteilt zur Langzeitarbeitslosigkeit, wodurch dann die Arbeitsamtsmitarbeiter, die Arbeitsamtsparten sich enorm Karriere machen können auf deine Kosten. Oder du wirst dazu verurteilt, dass dir ganz viel Geld deines erarbeitenden Geldes abgezogen wird, um eben die Langzeitarbeitslosen und den Industriebetrieb-Arbeitsamt zu finanzieren durch dein Geld. Und so, ja, du bist einfach nur, wie war der oberste Satz, du wirst kaputt gemacht und merkst es nicht. Und wie gesagt, dadurch, dass man dir das Liebesleben weggenommen hat, zwingt man dich quasi dazu, wenn du halbwegs glücklich werden willst, musst du dann wenigstens auf Teufel komm raus konsumieren. Nur das eben Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten, Fastfood und so weiter, Pizza und all der Kram, die dich natürlich auch schnell krank machen, diese Drogen, diese Geschmacksdrogen, die als Ersatz für nicht gelebtes Liebesleben da sind. Naja, und so wirst du halt kaputt gemacht und du alterst nicht und stirbst nicht sozusagen friedlich aus Altersschwäche einschlafen, sondern du bist einfach ein Wrack. Schon nach 40 Jahren sind die meisten Menschen heutzutage Wracks. Und wenn sie dann über 100 werden, dann als chronisch Kranke, die sich nur noch dahin schleppen. Also wir werden alle kaputt gemacht. Ja, also nochmal zum Zentralirrtum mit Mindestlohn. Da gibt es ja doch so einen Standpunkt, oh seht doch, manche Firmen können sich doch den Mindestlohn auch dann leisten, wenn die Mitarbeiter den nicht wert sind. Sie müssen nur auf ein wenig Gewinn verzichten. Ja, aber bei allen Unternehmen, die auf Außeninvestoren, Geldgeber, Aktionäre angewiesen sind, um im Wettbewerb mithalten zu können, muss man auch den Geldgebern genügend Gewinne in Aussicht stellen können, sonst investieren die lieber in die Konkurrenz. Also einfach so auf Gewinn verzichten ist eben auch nicht so einfach. Und auch sogar der Einzelunternehmer, für den ist das auch ein Problem, einfach auf Gewinn zu verzichten. Also deswegen, von daher gibt es auch einen Zwang zu ausreichendem Gewinn. Und auch ein Einzelunternehmer, der seinen eigenen Gewinn opfert, hat entweder nicht mehr genug Investitionskapital, um mitzuhalten, oder wenn er seinen Luxus reduziert, hat er nicht mehr genug Chancen auf genetisch hochwertige Zeugungspartner für leistungsfähige weitere Generationen, die das Unternehmen erfolgreich weiterführen können. Also Mindestlohn ist immer falsch, egal wie man es dreht oder wendet. Also wie gesagt, diese ganzen Manipulationen der Linksextremisten, die sind auch nur alle dazu da, dich zu manipulieren, entweder zum Opfer einer Linksrevolution zu werden oder zum Mitwirkenden einer Linksrevolution zu werden. Aber am Ende ist alles zerstört und am Ende verdienen wieder die Sozialspartner, die sich dann an einem zerstörten Land und der Verwaltung eines verarmten und zerstörten Landes von vielen Arbeitslosen und armen Menschen gut verdienen zu können. Also sozusagen diese linksextremistischen Fantasien sind alle dazu da, das scheinen gute Ideen wie der Mindestlohn, die am Ende aber wieder mehr Armut, mehr Elend produzieren und dadurch für die Arbeitsamtmitarbeiter und Sozialspartner neue Karrierechancen ermöglichen. Und wieder wird dabei dein Leben nur kaputt gemacht. Ja, zwischendurch mal eine Überlegung zum Gemeinwohlland. Wir haben ja das Problem, dass wir die Verdienstzuschüsse ja, die wir geben an jeden, der durch seine Arbeit, zum Beispiel einen Supermarktleiter, meine Gesundheit verbessert, indem alle Produkte dort völlig giftstofffrei sind in Zukunft und so weiter. und der Supermarkt mich eher anregt durch seine Gestaltung und vielleicht durch eine Ernährungsberaterin und durch rote, gelbe, grüne, leuchtende Warenampeln anregt, mich gesünder zu ernähren und gesünder zu leben und glücklicher zu leben und so weiter. Diese Verdienstzuschüsse, die müssen ja im Zweifelsfall auch durch Steuern ermöglicht werden. Also Verdienstzuschüsse und Steuererhöhungen können klein gehalten werden. Durch veröffentlichte Ranglisten, die zu Kundenwanderungen führen, die auch als Verdienstzuschüsse wirken. Durch was denn noch? Zum Beispiel könnte man das auch so machen, dass diese Ranglisten jede Woche neu veröffentlicht werden müssen, an jeder Supermarkttüre Pflicht, dass die da Pflicht sind, Rangliste an jeder Supermarkttür als Pflicht und so weiter. Oder an jedem Restaurant. Also so, dass man, wenn man vor dem Restaurant steht, kann man gucken im Gemeinwohlland, welcher Restaurantleiter hat in der Nachbarschaft noch einen positiveren Einfluss auf die Gesundheit als dieser. Wie groß ist der Unterschied? Lohnt es sich da zu dem anderen Restaurant zu gehen, wenn man noch mehr für die eigene Gesundheit tun will und so weiter. Also das heißt, im Gemeinwohlland wird jeder nach dem belohnt, was er Gutes für uns mit Menschen tut, eben nicht dafür belohnt, dass er uns kaputt macht und sich an unserem Kaputtgehen bereichert, sondern eben uns alles dafür tut, dass wir kerngesund mit 127 dann friedlich einschlafen und sterben dürfen nach einem super glücklichen und kerngesunden Leben. Und darauf wirkt im Gemeinwohlland jeder Supermarktleiter hin, jede Arzt, jede Hausarzt, Gesundheitsgemeinschaft hin, jedes Restaurant hin und so weiter. Alle sind sie unsere besten Freunde und haben nur ein Ziel. Hoffentlich schaffe ich es, meinen Kunden so viel Gutes zu tun, dass sie möglichst dann mit 127 Jahren nach einem glückseligen, erfüllten Leben friedlichst einschlafen sozusagen im Kreis ihrer gelieben Menschen und so weiter. Ja und das ist Gemeinwohlland. Und du lebst hier in den kranken Systemen Kapitalismus, Sozialismus, Kommunismus, Nationalsozialismus, die alle zur Großgruppe der kapitalistoiden Systeme gehören sozusagen und die alle, bei denen es nur darum geht, dein Leben zu zerstören, dich kaputt zu machen und dich nicht altern zu lassen, sondern dich kaputt zu machen. So, wieder ein Beispiel aus der Presse. Auch in der Politik scheint die Glücksforschung, ah ja, da ist so ein bisschen das, wir sollten ja, der Weltrat sollte ja laut Wunsch seines Teams von dem Vizekanzler Robert Habeck beraten, aber dazu ist es noch nicht gekommen. Aber man sieht auch, dass bei denen die Überlegung zum Thema Glücksforschung im Gegensatz zum Gemeinwohlland und zu den Gemeinwohlgemeinschaften, zu den Botschaftsgeländen des Gemeinwohllandes, viel, also nur absolut oberflächlich geschieht. Also nochmal zu dem Presseartikel. Auch in der Politik scheint die Glücksforschung vermehrt wahrgenommen zu werden. Das von Vizekanzler Robert Habeck, Grüne, geführte Bundeswirtschaftsministerium plant eine sogenannte Wohlfahrtsmessung. Warum keine Wohlfühlmessung? Bei uns heißt es im Gemeinwohlland, ist es die Wohlfühlwahlstimme. Ziel ist es, statt wie in der Vergangenheit nur ökonomische, nun auch ökologische und soziale Dimensionen in den Blickpunkt zu rücken, wie es in einer öffentlichen Konsultation des Ministeriums Ende Juli hieß. So sollen wirtschaftspolitische Kennziffern, wie das Bruttoinlandsprodukt, ergänzt werden. Ein quantitatives Wirtschaftswachstum im Sinne einer Steigung des Bruttoinlandsproduktes ist nicht gleichbedeutend mit einer Erhöhung des Gemeinwohls und Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger, heißt es in der Mitteilung. Soweit das bisschen Wischiwaschi zum Gemeinwohl bei den Grünen. Also das heißt, ja das ist ja eben gerade der Punkt, dass im Kapitalismus, Kapitalismus, Sozialismus, Kommunismus, Nationalsozialismus alles gegen unser Gemeinwohl und deine Lebensqualität geht. Wir werden, das ist ein krankes System, das kaputt macht. Und Gemeinwohl heißt das Gegensystem, das einzige Gegensystem der Welt, dass wir dann in unseren Gemeinwohlgemeinschaften, Botschaftsgeländen des Gemeinwohllandes und hoffentlich irgendwann in einem eigenen Gemeinwohlland leben dürfen, ist das Gegenmodell, wo jeder Mensch dein Freund ist und jeder Mensch das Ziel hat, hoffentlich kann ich ein Kaputtgehen meines Freundes verhindern und durch mein Handeln, mein Arbeiten beitragen, dass der ein glückseliges, sexuell befriedigendes, erfüllendes Liebesleben hat und dann mit 127 Jahren kerngesund an Altersschwäche einschläft, friedlich ohne es zu merken. Ja, und dann im Krimi wieder ein Beispiel fast schon einer Selbsterkenntnis der eigenen Verbrechensförderungstendenzen, der nicht bewusst wussten Verbrechensförderungstendenzen. Zwei Polizisten stoßen also im Krimi an auf all die Verbrecher, die unser Leben sinnvoll machen. Ja, wir brauchen quasi, da passt schon nah dran an der Erkenntnis, nämlich dass man im Kapitalismus, in den kapitalistoiden Gesellschaftsformen sozusagen möglichst viele Verbrecher braucht und auch möglichst viele Menschen ermutigen sollte, Verbrecher zu werden, damit das Leben der Polizisten, der Richter, der Staatsanwälte, der Gefängniswärter, der Bewährungshelfer und all dieser Berufsgruppen, die von Verbrechern leben, vom Kontakt mit Verbrechern leben, damit deren Leben sinnvoll gemacht wird. Das ist, ja, im Gemeinwohlland werden alle nur belohnt, wenn es gar keinen Verbrecher gibt. Wenn es null Verbrecher im Gemeinwohlland gibt, werden die kleinen Teams der allersparten innere Sicherheit, die es da auch gibt, aber nur ganz klein gibt, die werden alle nur dann belohnt, wenn es im Gemeinwohlland null Verbrecher gibt. Dann gibt es die höchsten Belohnungen und wenn es einen Verbrecher gibt, werden die Belohnungen auch für alle reduziert. Und das führt dann dazu, dass eben nicht, wie bei uns hier, Verbrecher ermutigt werden, dich kaputt zu machen, dich zu überfallen, dich schwer zu verletzen, dich zum Behinderten zu machen und so weiter. Oder dich gleich ganz umzubringen. Ja, und nochmal zur Situation hier in Köln. Ich suche hier in Köln die vielleicht 20 oder 30 superklugen Kölnerinnen. Trotz, ja, weit über 50 verkaufter Bücher habe ich noch keinen gefunden. Denn wer das Buch als superkluger versteht, sagt dann zwangsläufig, wenn ich normal weiterlebe, habe ich keine Chance auf ein wahrhaft glückliches Leben. Also muss ich mitarbeiten an Gemeinwohlland und Gemeinwohlgemeinschaften, an Botschaftsgelände des Gemeinwohllandes Köln. Ja, und da ist, ja, bis jetzt habe ich nur die Klugen gefunden, die zwar klug genug sind, das Buch zu kaufen, aber da war noch kein, bis jetzt hat sich da noch keine superkluge Person draus herauskristallisiert, die auch ein bisschen handeln würde, die vielleicht sagen würde, ja, ich arbeite jetzt noch halbtags im Kapitalismus und den Rest des Tages verwende ich es aber für mich eine glückliche Zukunft möglich zu machen. In einer liebevollen Gemeinschaft und so weiter. 164 Jahre nach Charles Darwin, die Entstehung der Arten, Evolutionsbiologie, wie funktioniert Leben wirklich im Gegensatz zu all den vorherigen Manipulationen, jetzt die nächste weltbewegende Entdeckung nach 164 Jahren der Reinen, nachdem alle Äußerungen mehr oder wenig große Manipulationen waren, jetzt endlich die Entstehung der Manipuliertheit, die nächste große weltbewegende Entdeckung durch den Weltrat und die Next Scientists for Future. Und ja, und daraus ist dann resultiert, dass eben das erste lebensrettende Schutzbuch Ideal für Kinder. Bei Sozialismus, Kommunismus, Nationalsozialismus und allen anderen Nicht-Gemeinwohl-Land-Experimenten sollten wir an die Sonneneruptionen denken. Aus der Sonne Kapitalismus heraus erwachsen durch Zentralirrtümer bestimmter Sparten die schlechten Gesellschaftsexperimente, also Sozialismus, Kommunismus, Nationalsozialismus und ähnliche. Und diese schlechten Gesellschaftsexperimente, die scheitern natürlich, deswegen bald kracht alles wieder zurück auf die kapitalistische Sonne und die Sparten können noch mehr profitieren von den gescheiterten Gesellschaftsexperimenten. Wobei zum Beispiel bei einer gewaltsamen Revolution die Waffensparten natürlich sehr schnell schon von dem vermehrten Umsatz an Waffen und Munition natürlich profitieren. Ja, und wieder ein Krimi. Wenn ein Herzrhythmusgestörter sich auf den Blutverdünner verlässt und Dehydrierung riskiert und der gefälschte Blutverdünner niedriger dosiert ist, dann kann es zu Schlaganfällen, Herzinfarkten kommen. Also soweit durchaus eine realistische Darstellung im Krimi. Aber der typische Zentralirrtum in diesem Kontext ist, Wasser alleine reiche nicht zur Verhinderung von Blutverklumpungen. Dehydrierung dunklen Urin zu vermeiden, reiche nicht aus. Es gibt aber Fälle, wie zum Beispiel mein Fall, wo das schon seit 15 Jahren ausreicht. Ich achte seit 15 Jahren mit Herzrhythmusstörungen ausschließlich auf eine ausreichende Wasserversorgung und eine möglichst gesunde Ernährung, wobei man natürlich auch ich hier kaputt gemacht werde von diesem Krankensystem, indem ich immer wieder verführt werde dazu, natürlich auch Geschmacksdrogen zu mir zu nehmen, die natürlich auch meine Gesundheit immer wieder angreifen. Aber ich versuche immer wieder zur gemüsezentrierten Ernährung zurückzukommen und so weiter. Und bis jetzt hat es 15 Jahre lang ausgereicht, schwerste Herzrhythmusstörungen, ohne jegliche Probleme zu überleben bis jetzt, durch ausreichendes Wassertrinken, relativ hellen Urin und so weiter. Also für mich ist es ein Zentralirrtum, die Behauptung, ich bräuchte unbedingt den Blutverdünner. Vielleicht hätte ich durch die Nebenwirkung des Blutverdünners eher Schäden genommen. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass ich morgen tot umfalle, weil dann eben doch irgendwie der Blutverdünner gefehlt hat. Wer weiß. Also würden die Gesundheitsspartler diesen Zentralirrtum, dass Wasser hilft sozusagen, nicht glauben, dass Wasser nicht hilft. Also würden die Gesundheitsspartler diesen Zentralirrtum nicht glauben, könnten sie nicht so viel Blutverdünner verkaufen, jedenfalls nicht an die, die zuverlässig auf die Verhinderung der Dehydrierung achten. Da musste ich doch gleich wieder einen kräftigen Schluck Wasser zu mir nehmen. Ja. Nur wenn man ein ganz klares Bild durch Naturwissenschaften hat, wie die Welt aussah am Tage vor der Erfindung des ungelenkten Tauschhandels beziehungsweise freien Marktes statt des gelenkten Tauschhandels und gelenkten Marktes eines Gemeinwohllandes, kann man nur, dann kann man sehen, dass alles heutige einfach nur völlig verrückt und schrecklich ist, ein Leiden ohne Ende und eigentlich so unnötig. Aber der Vernunft- und Klugheitsmangel zementiert das unnötige, ständig zunehmende Leitung leiden eventuell für ewig. Also dadurch, dass du kein klares Bild hast, wie paradiesisch so ein Leben in einer Gruppenfamilie ist, wie wir also noch viel glücklicher hätten leben können als die schon sehr glücklich lebenden Bonobos, unsere Parallelart des Urwalds. Wir sind ja die Savannen-Bonobos, Homo Erectus Homo Sapiens und die Urwald-Bonobos-Panpaniskus, die machen uns ja schon vor, aber wir haben vor 400.000 Jahren sicherlich sehr viel glücklicher gelebt und dann kam die Ertag der Erfindung des ungelenkten Tauschhandels und freien Marktes und von nun an ging es bergab und ab dem Moment wurdest du zerstört, wurden deine Vorfahren zerstört und wir alle wurden zerstört. Wieder mal ein Krimi-Beispiel. Der Sohn regt sich auf, dass sein vermeintlicher Sohn von seinem Vater gezeugt wurde und ermordet den Vater. Alles rund um den Sohn bereichert sich an ihm und an seiner wieder natürlichen kapitalistischen Lebenssituation. Eine ganze Industrie der Verbrechensverfolgung bereichert sich jetzt und dabei in einer Gruppenfamilie hätte sich niemand für die Frage interessiert, ob jetzt nun der Sohn ein Kind gezeugt hat in der Gruppe oder der Vater ein Kind in der Gruppe gezeugt hat. Das wäre alles völlig egal. In der natürlichen Gruppenfamilie hätte es überhaupt kein Problem gegeben. Und auch diese ganze Eifersuchtsgeschichten, diese ganze Zentralirrtümer davon, du musst dich Eifersucht verhalten, wenn du ein richtiger Mann bist und so weiter und musst da gewalttätig reagieren. Diese Zentralirrtümer hätte es ja nie gegeben in unserem natürlichen Kontext. In der natürlichen Gruppenfamilie hätte es überhaupt kein Problem gegeben. Niemand hätte gewusst, wer der Vater welches Kind es ist. Alle Männer hätten sich als Väter aller Kinder gefühlt und verhalten. Null Problem. Das Gemeinwohlland ermöglicht uns, wieder unsere Natur leben zu dürfen, wenn wir wollen und die kapitalistischen Zentralirrtümer in uns nicht stärker sind. Und bis jetzt erlebe ich einfach nur, dass praktisch 99,999% der Weltbevölkerung, dass da die kapitalistischen Zentralirrtümer so stark wie Beton sind und es zementieren, dass du kaputt gemacht wirst. Du und ich, wir werden alle kaputt gemacht. Dieses System der kapitalistischen Zentralirrtümer ist einfach stärker als wir alle. Wieder ein Krimi-Beispiel. Alle die, die von der Zunahme von problematischen Kindern profitieren, hetzen nicht bewusst mit ihren Zentralirrtümern die Abtreibungsgegner auf, dafür zu kämpfen, dass möglichst viel Kundennachschub geboren wird für all die Niedergangsgewinnler sparten. Also nochmal, um das klar zu machen, also unser Leben wird dadurch kaputt gemacht, dass die Spaten, die von der Zunahme von Problemkindern profitieren, die bringen quasi Zentralirrtümer auf, die dann dazu führen, dass es militante Abtreibungsgegner gibt, denn wenn die Problemkinder nicht abgetrieben werden, dann kommen sie ja auf die Welt. Und diese Problemkinder müssen ja betreut werden und daran verdienen wieder bestimmte Spaten im Kapitalismus. Und die haben quasi ja einen Gewinn dadurch, wenn ihre Zentralirrtümer sich dann in den Köpfen der Abtreibungsgegner befinden, die auf die Barrikanen gehen und dafür sorgen, dass die Gesetze geändert werden und Abtreibung verboten wird. Und Spätabtreibungen sind ja heute überall weltweit verboten, in völlig wieder natürlicher Weise und so weiter. Ein Großteil des Abtreibungsgeschehens ist also ja weltweit nach wie vor verboten. Und dadurch kommt es immer wieder, dass Kundennachschub geboren wird für all die Niedergangsgewinnler-Sparten. Abtreibungsärzte sind in gewisser Weise ein Zwischending. Einerseits verhindern sie die Kundennachschubsproduktion, andererseits verdienen sie selber auch ganz gut daran. Im Gemeinwohlland wäre alles viel billiger. Die Mutter entscheidet, billigste Palliativmedizin, fertig. Die Mutter entscheidet, soll das Kind leben, soll es sterben? Und billigste Palliativmedizin, glückseliges Einschlafen und Entschlafen, fertig. Aber im Kapitalismus, Sozialismus, Kommunismus, Nationalsozialismus muss natürlich ein Riesengeschäft aus allem gemacht werden. Das ist auf Kosten. Und du musst das Ganze bezahlen und deswegen wird dein Leben kaputt gemacht. Ja, das war es schon wieder. Hier ist der Strich. Das war es, was in den letzten zwei Wochen war. Also, dein Leben wird kaputt gemacht. Dein Leben wird zerstört. Mein Leben wird zerstört. Wir sind alle Opfer einer völlig verrückten Welt. Und so ist es halt. Wir können es nicht ändern. Und ja, ich weiß jetzt nicht, was das hier für ein neues System ist. Ach so, da muss man das so machen. Und dann geht das. Nee, das kommt sofort wieder. Dieses verrückte Zeug hier. Ja, also, das war es wieder für zwei Wochen. Also, ihr seht, es sieht nicht gut aus. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass der Weltrat zu Recht etwas pessimistisch in die Zukunft schaut. Es gibt nicht genügend kluge und vernünftige Menschen auf der Erde. Es wird vielleicht noch nicht mal gelingen, auch nur eine Insel des glücklicheren Lebens zu schaffen. Die Zentralirrtümer zerstören uns alle und machen uns alle kaputt. Und das ist durch nichts aufzuhalten. Unser Leiden, der Schrecken ohne Ende, ist nicht aufzuhalten. Ukraine, Israel, Palästina, diese ganzen Verrücktheitsformen, das ist alles nicht aufzuhalten. Naja, gut. Ja, aber wenigstens sehen wir die Wahrheit. Und so ist es halt aber auch. Aber vielleicht kommen ja, resultieren ja doch, kommen ja noch ein paar superkluge und es entsteht ein kleines Paradies, eine kleine Insel des Paradieses auf Erden, ein Gemeinwohlland, eine Gemeinwohlgemeinschaft, ein Botschaftsgelände des Gemeinwohllandes hier in Köln und so weiter. Und wir haben wenigstens noch ein paar schöne Jahrzehnte und glückliche Jahrzehnte vor uns. Ja, jetzt muss ich das abschalten. Tschüssi, bis in zwei Wochen.